The Pixel Hunt Auf Hilfe von der EU Und damit seid gehoobst meine Zwerge genommen zu einem neuen Let's Test der Demo-Version von The Wack Ja Steam Next Festival Meine Zwergenforst Schauen wir mal was es hier so gibt Schauen wir rein in dieses Spiel mit dem Firefox Die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 I love crappy romantic comedies. Yeah. Yeah, it's a cliche. I can't help it. I love them. All those movies have that scene, you know? The girl is at her wit's end. She's been crying her eyes out. Her makeup is running. She looks like a zombie. She's done. Which is when Ryan Gosling knocks on her door to coax her out. Mir? Shit. I fainted? Ah, well. Dropped to the restroom floor like a sack of potatoes. No better place for a nap. Are you okay, miss? Oh shit, the doctor. And that's putting it mildly. I'll be alright though. Are you sure? Aha, as if I could be sure of anything. Still, I should probably update my guardian angel. Actually, now that I think about it, maybe there's something I know for sure. If I have to spend one more second lying on this filthy floor, I'm pretty sure that I'm going to vomit. Uh, vomit again, I guess. Mm-hmm. Hmm. I'm just a little nauseous is all. I just had a little bit of a moment. A big moment. But it's over now. Uh, sorry, I ducked out. I'm already feeling much, much better. I can hardly tell her the truth, can I? Most people don't actually want you to be honest with them. Oh, I apologize, Dr. Giagana. I just vomited my breakfast. I had it all over my chin. It wasn't a good look. It's hardly my fault. I haven't been handling stress very well lately. Come to think of it, isn't it her fault? She just had to go and tell me that my mom's in intensive care. I'm sure, I mean, that is her job. But I gotta tell you, that's a lousy job. Really, really lousy. Ich komme hier gar nicht zum Reden. Das ist, das ist ein... Dieses Spiel ist... Das Spiel ist einfach... Es ist einfach... Es nimmt sehr viel Platz ein. Es ist, ähm... Es ist mir fast nicht aufgefallen, dass ich noch gar nicht geredet habe. Hier in diesem Netz. P... Let's test. Es ist... Es ist... Ja... Das Spiel kommentiert sich von der Reine. Das Spiel ist... Das Spiel ist gut. Das Spiel ist gut. Your mom had a brain aneurysm. Do you know what that means? Mom. Funny. I could never get myself to call her mom. She's always a mommy. As I understand it, it's a weakened artery wall. Correct. And that artery raptured, which caused a hemorrhage. It is a serious situation. We need to prepare for whatever happens next very quickly indeed. I've watched enough Grey's Anatomy to know that this is not good. I know. Serious? I... What can I do? Anything related to medical care will be my team responsibility. But you are her trusted advocate. So you should be... I'm sorry. Her what now? Do... Do you not remember? This is the reason we called you. We have your name and your number, which means that you signed a release. I have no idea what she's talking about. And since she is not able to express her will, it falls to you to speak on her behalf. But I presume you discussed that when you were in the process. So you must know that there are a number of options to consider. I don't believe it. She put my name on the form without asking me. She must have forged my signature. It's hardly a surprise. She's always done that kind of stuff. But I'm phone call from the hospital. That was a surprise. I'd never have thought anything so serious would happen to her. Anyway, when she's back on her feet, she's going to have a good laugh about this. The idea of me deciding on her... I've had my share of this kind of responsibility, and it didn't turn out well. However, my dear mother doesn't seem to understand. Of course, Jan will have her say. And if we disagree, all hell will break loose. Meeting us against one another at a time like this... That's exactly what my mother would do. I feel trapped. Like a fish in a barrel. Oh, come to think of it, I would love that. A 30 second memory? And not a care in the world? Fear me, sharks, for I am the terror of the oceans. Hmm. That reminds me of the nickname I got during a swim class in middle sea hag. Haters, all of them. I'm sorry, Miss. Miss Fortin. Demange. I... I went back to my maiden name. I'm sorry. That wasn't in your file. Listen, I understand that this is all very sudden, but we don't have a lot of time. We need to focus. We do indeed. I want to coordinate, but it's... But this, that, 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 that... That, that, that... That spiel... That, that, that... Das ist anders. Mhm. Letting go as gracefully as possible. What I need to know is... What would your mother want? I... Don't know how to answer that. Last time she told me she wanted something, it was... To be in MoMA. Excuse me? MoMA? The museum in New York. Miss Demange, I... Wait, your mother's that Marie Demange? The artist? Ah, there it is. Works every time. Once people figure out who Marie is... Snap! Their whole demeanor changes. They feel like they know her somehow. Of course they're completely wrong. Oh, she takes them in with her dog and pony show. But there's a world of difference between who she is in public and in private. And if this doctor knew Marie, the real her, she would realize how ridiculous her question is. I think you're out of your mind. Excuse me? Your question. How am I supposed to decide whether my mom lives or dies? That's not exactly. You're not... Not a doctor? You're right. You should be making this decision, not me. I'm sorry. I gotta go. What am I looking for? What am I looking for? What am I looking for? das spiel ist pure überforderung aber positive überforderung versteht ihr was meine spiel ist das spiel ist pure pure beinfuck die um 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 Ich erinnere mich, die Dianne und ich gefunden haben eine Katastrophe im Hintergrund. Es war klein. Ich denke, es war die Zeit, Marie hat ihre neue Studio in der Sonne. Das war auch meine erste Erfahrung mit Death. In Wahrheit, ich hatte eine wirklich wunderschöne Worte die Nacht. Irgendwie war das Tag immer offensichtlich. Ich wusste gar nicht warum. Und warum bin ich das jetzt? Ich wusste gar nicht, warum? Ich wusste gar nicht? Das ist das Mobile, die Marie hat. Es ist exquizit. Und ich denke, ich habe es noch. Was? 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 Das war's für heute. So I suggested we keep this one as I could already imagine it. A beautiful cage tucked in the corner of the studio. She got so mad. At the time I didn't understand why she reacted like that. But now... The nest was high up in the tree, but the wind blew it down. The bird was obviously young. It was a big fall. It must have been badly hurt. I didn't realize it at the time. Ha, yeah, Diane was so proud of packing her own suitcase. Her father came to pick her up that afternoon. She spent the weekend with him and her stepsister. So I was a bit jealous. But also happy to have some time with my mother. Just us. Okay. We will find a few other words here. So... I think... I saw a big shadow moving down the hallway that night. I imagined a monster bird was visiting us. For a long time I thought it was just a strange dream. I will try this... I will check out... ... ... ... ... Das Bild geht wieder hin. Das ist ja fast... Hat ja irgendwie ein bisschen was von Horror. Das ist richtig Elbtraumhaft hier. Vielleicht Marie hat die Pferde. Das ist was sie da draußen in der Mitte der Nacht. Die Pferde es im Geheimnis. Und es könnte soer strange sein. Aber ich verstehe auch warum sie... Marie ist wirklich eine Persönlichkeit. Sie ist normalerweise schwer. Aber auch... sie könnte sich verletzend sein, manchmal. Sie können nicht sehen, dass die Pferde verletzend ist. Sie wusste, dass sie nie wieder zurückkommen würden. Sie war zu schrecklich. Ich erinnere mich, sie sagte, nicht, dass sie nicht auf die Pferde verletzend sind. Sie wusste, dass sie besser wäre. Sie könnte es einfach verletzend sein. Sie könnte es einfach verletzend sein, verletzend sein. Aber ich glaube, sie hat nicht. Ich glaube, sie hat es mit ihren eigenen Händen. Das klingt schrecklich, nicht wahr? Aber das ist nur Marie. Das ist sie auf ihre Leben. Sie ist alles oder nichts. Ich denke... Ich denke... Meine legs sind schmerzend. Vielleicht habe ich noch ein anderes. Ich denke, ich brauche eine schmerzendige Geheimnis. Entfernt. Hm hm hm. Eine Sache ist, sie ist alles oder nichts, alles die ganze Zeit. Ich verstehe, es ist schwer zu contemplieren, die Idee von Leben mit einer Disabilität zu leben. Es ist nicht das, nicht all. Wenn wir über mich oder jemand anderes sprechen würden, würde ich sagen, es wird gut sein. Du adaptest, Leute machen das immer, sie müssen. Leben ist zu wichtig. Ich würde sagen, sie würde das. Ich bin nicht sicher, dass das deine Frage answert. Sie kommt aus als eher... ...vorthright. Du sagst nicht. Ich habe sie auf TV ein paar Mal, mein Vater liebt sie. Sie ist ein unglaublicher Artikel. In ihren Interviews, sie ist so impressive, fierce, sogar. Es muss sein, dass sie so großartig sein, die Frau so großartig ist. Ich habe das schon gehört. Das ist eine politische Weise zu sagen, es kann nicht einfach sein, eine Nutcase für eine Mutter zu haben. Du hast es getrennt. Doktor, ich... ...do we wissen, warum... ... warum das passiert? ... Das funktioniert für dich? Das ist gut. Kann ich sie sehen? Ja, natürlich. Lass mich ihre Nummer finden. Ich weiß, was ich muss. Was ich sollte. Es war nicht lange lange, dass ich diesen typischen Scen kann, ohne mich zu spüren. Ich stehe in die Wohnung. da werden die Tübe überall, die Geräusche wissen, dass es sehr ist. Dann beginne ich meine Augen. Ich schlafe auf meiner Mutter, aus meiner Nose, oder vielleicht werde ich dignified. Stöhnen. Stöhnen in der Körner, nah an meine Gesichter. Sie sehen, dass ich zufrieden. In der Mitte, eine kleine Teile auf meine Gesichter. Das ist genau wie es passieren wird. Oder was sollte passieren. Es ist nur ein Problem. Ich muss wirklich. Sie wahrscheinlich braucht mich. Ich weiß nicht. aber ich kann nicht öffnen die Tür. Mhm. D'Rank, D'Rank, Oh mein Gott, ich weiß nicht was, aber ich weiß nicht wie, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wo, aber irgendwie hat mich dieses Spiel gefessert. Es ist eine absolute Anarchie, es ist ein absolutes Chaos, es ist eine absolute Überforderung. Das ist, aber es ist, es hat, es hat, ja, irgendwie, wow, ich weiß nicht ob das für die Zuschauer so rüberkommt, ob das ganz so, ich war zu perplex und zu moderieren. Ich weiß nicht, ob das das ist, ich finde, irgendwie, ich habe da keine Worte für. Das sind die, die Schuhe dran sind. So, ja, auf jeden Fall, das werde ich mir mal wünschlisten, das werde ich im Auge behalten, ob es da mal eine deutsche Version davon gibt, wenn es verliest wird. Das, 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 das da, da bin ich dabei. Irgendwie, 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 ich habe keine Worte dafür, aber ich mag es. Ich weiß nicht, warum ich es mag, aber ich mag es. Ja, danke nach oben, wenn ihr es auch mögt. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ich musste ja wenig kommentieren jetzt hier. Habt ihr noch einen angenehmen Tag und haut rein. Wir sehen uns zum anderen Letztest oder zum anderen zum nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Haut rein. Bis dahin. Ciao. Ciao.